Hey, Katze. Katze. Die Dankbaren tun die Klinge, ihre Dankbarkeit schlägt und ist zurück. Mhm. Wenn wir nett sind, sind sie auch nett zu uns. Quasi. Wir sind voll. Hatt ich nicht gedacht. Das sind Schnäuzchen. Möchte ich haben. Die sieht man so beschissen. Das ist so kacke. Man möchte meinen, man sieht sie gut, aber man sieht sie halt echt nicht gut. Und das Schnäuzchen und Pfeffern gut würzen. Okay. Äh, wie kommen wir jetzt da hoch? Ach da, ist die Plattform. Sieht man so scheiße. Okay. Komm, wir nehmen mich zur Erinnerung. Und die ist wichtig. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetzt mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwester mehr. Da kommt man nicht lang? Okay, so geht's auch. Aber es fand ich traurig, dass man da nicht lang kam. Das ist alles so luftig. Ich hab Angst. Dass ich runterfalle. Mal wieder. Da wird mir Angst so bange. Ich mach das Muster. Schön gemalt. Und handgemalt. Kann er das chinesische nicht lesen. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Diese Entschlüsselloch. Ganz klein machen und durch da. Haben wir eine Flasche und Zähne? Ja. Ah. Weitere Waffe drin. So ist besser. Wir sind ein Haufen Alpha-Wände drin. Ist ja voll doof. Witzig. Wir sind in dem Füßen, wir sind drei Zehnen drin und ich nimmer nur einer. Wie in der Papierwelt. Ach, das war schlimm. Geh hier lang. Gerettet. Gerade so gerettet. Oh, da wird's grün. Ist das gut oder schlecht? Weil da hinten wird's schon nicht mehr grün. Da brennt schon wieder Licht. Das mag ich's gar nicht. Oh, Speicherpoint. Ich will jetzt Angst haben. Oh, da muss ich mitziehen. Oh, da muss ich mitziehen. Geht mir zumindest Mühe. Wenn wir da... Super. Schnell, schnell. Ja, läuft gut. Läuft gut. Weiter so. Okay, haben wir jetzt das aktiviert. Da ist ein Schlüsselloch. Da hinten ist mir noch eine Erinnerung. Wie will ich haben? Uh, und ein Schneckenhaus. Das muss ich haben. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Oh, also ich finde irgendwie... ...durch die Erinnerung und vor allem durch die letzte Tür... ...kannst du mir so verheißen, wenn das Spiel schon langsam zu Ende gehen würde. ...aber irgendwie sind wir erst bei 40 Prozent. Ich bin schon wieder! Wir haben doch keine! Was, diesmal, was, diesmal, was, diesmal? Kannst du die gesamte Zeit überstehen? Äh, nein! Welche Zeit? Oh! Muss ich nur survival? Wenn ja, finde ich das gut. Gruppenliegen! Heute mit den Krabben! Gott! Äh, wann ist die Zeit rum? Welche Uhr muss ich achten? Erfolg! Gigi, das war einfach. Also, im Gegensatz zum letzten Mal war das einfach. Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Hab ich gar nicht! Der Zug ist einfach schneller als ich. Boom! Wir noch zwei. Dann haben wir wieder eine neue Rose. So, haben wir die auch wieder abgeschlossen? Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Das war cool. Das heißt, da gibt's irgendwas, das Feuer schreien. Und der wird mich nicht so ohne weiteres durchlassen. Das ist ja voll gemein! Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Oh, was ist hier? Oh, nein! Äh, ich will nicht. Mann, können wir hier mal aufholen? Ich hab immer die Falsche im Fokus. Geh doch! Kacken! Kommt das Pony! Jetzt bin ich sauer. Jetzt kommt das Pony. Nein! Pony! Genau! Geh unter die Löwen-Statur und stirb! Aber doch nicht wir! Och, Mann! Ich wollt, dass die Vespe stirbt an dem Teil. Wär voll lustig gewesen. Der Speer ging mir eh die ganze Zeit auf Keks. So. So. Bin einmal gestorben wegen dir, du blöder Löwe! Kackstempel! Ey, so ein Trick! Das war ein sinnloser Tod. Das war wirklich sinnlos. Eilert mich jetzt. Zähne! Da sind bestimmt Milchzähne, die leuchten so. Pony der Zerstörung aber. Also sowas von. Perfektes Bild. Wollte ich schon immer mal haben, das Bild. Dieser Leck war gerade legendär. Und dann haben wir wieder ein Feuerspeintenlöwen. Och, irgendwann töte ich sie alle. Die erinnern mich irgendwie voll an die Laseraugen von The Legend of Zelda. Ich weiß nicht warum. Die erinnern mich einfach daran. Kann passieren, dass das Spiel immer mal leckt. Aber das... Wir fallen durch einen Stein? Das finde ich jetzt cool. Durch den Stein bin ich schon lange nicht mehr gefallen. Ach, ich dachte wir können schnell genug sein. Aber... Ja, falsch gedacht. Das Ding ist schneller als wir. Ich habe Angst vor Feuer. Hoi, hoi, tut weh. Aber hier will ich rein. Mal dran ziehen. Mal sehen, was passiert. Aber war da nicht noch eine andere Typ? Geht's da drüben nicht auch noch weiter? Kein Ernst. Da springt man einmal los. Und du speist? Ist ja voll der... Ah... Grund. Ach man. Diese Kamera... Ist manchmal zum Heulen. Ähm. Muss ich jetzt Angst haben? Ach, die Tür ist zu. Oh. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass ich das jetzt gerade überlebt habe. Oder? Aha. Wir öffnen uns einfach mal eine Tür. Warum nicht? Schön hoppeln. Immer schön weiter hoppeln. Schön hoppelti 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 hoppelt. Das war knapp. Sehr knapp. Oh nein. Also eine Papierwelt ist gerade das letzte, was ich brauche zum Freitag. Nee. Na gut. Wir überleben es irgendwie. Oder auch nicht. Gleich. Die Kriegführenden ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Ja, gibt es? Nein. Nein. Er hat mich gehabt. Hallo. Ich dachte, wir können überleben. Ich möchte mit dem Messer zurück. Ach, der kickt mich aber auch immer. Hm. Hä? Wieso schießen die jetzt alle zusammen? Haben die irgendwie sich ihren Rhythmus geändert? Ist das gewollt? Ach. Okay. Jetzt weiß ich, dass da Kanonen sind. Ich habe sie nur gehört, aber nicht gesehen. Dank der legendären Kameraführung. Nicht groß werden. Jetzt groß werden. Sprich. Meine arme Leertaste. Meine... Oh, 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 oh. Hinten geht ganz schön was kaputt. Ich das hasse. Nein, ich war noch drüber. Komm, ich war noch drüber. Das ist voll unfähig. Doch. Voll doof von dir. Komm nicht hoch. Komm nicht hoch. Komm nicht hoch. Jetzt komm ich hoch. Das ist mir so ein sinnloser Pfirsich. Den lasse ich, glaube ich, diesmal aus. Aber die hätte ich gerne mitgenommen. Okay. Oh, das mag ich. Aber sowas von. Juhu's. Da waren sie weg. Oh, eine Kette. Riefall. Oh, okay, okay, okay. Ich muss mir immer merken, wie die sind. Och, nö. Okay, rechts, links, Mitte. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich darf nämlich nur dreimal springen. Das war jetzt gemein. Nochmal. Jetzt haben wir es aber. Kommt jetzt was Böses. Ich würde es nämlich nicht sehen. Das war schon voll gemein hier. Zu dem Pfirsich nehmen wir mit. Wegen einem Zahn. Den nehmen wir auch noch mit. Wegen einem Zahn. Dann können wir weiter. Hopp. Hopp. Huch. Ähm. Hat keiner gesehen? Hast du Papierwelten. Oh man, ich wirf die Wolke. Wollt schon immer auf Wolke 7 sein. Du bist bestimmt Wolke 7, ne? Ja. Du weißt bestimmt Wolke 7. Wirf die Wolke 7. Hier drüben. Ach, noch ein Pfirsich. Wegen eines Pfirsiches. So ein Dreck. Au. Au. Ha. Überlebt. Na toll. Wieder hoch. Weißt du, viel Spaß macht. Jetzt reicht's ja mit Pfirsich. Ich hab' ich genug von denen. Oh nee. An den Kackhäusern bleib ich immer hängen. Und dann auch noch sowas. Ja, ich sag doch, ich bleib immer hängen. Sogar mit Ankündigung. Yay, Schmetterling. Oh Gott. Das war nicht Wolke 9, Gagnesia. Das war Wolke 7. Und jetzt hat der mich erschossen wegen dir. Ah. Mensch. Bin gut. Es läuft. Es läuft. Nee, den lass ich nur einmal schießen. Es war gerade ein Angstsprung. Ich hatte Angst. Oh nee, es geht doch weiter. Ohoho. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Oh, der ist ja gemein. Der ist ja gemein. Ich hätte jetzt fast gar nicht gesehen. Oh nein. Bitte nicht von vorne. Bitte nicht von vorne. Dankeschön. Oh, Mann. Das hätte ich geschafft. Oh, das geht sogar. Oh, Gemeinheit. 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 Das hat voll nicht mehr gezählt. Ich war klein. Wie eine Maus. Schieß nochmal bitte. Danke. So, jetzt aber. Ach. Da guckst du blöd. Kackding aus Papier. Nee, auf den Pfirsich kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich bin... Uh, es geht raus. Es geht raus. Es geht raus. Yay. Es geht raus. Ja. Wechsel zwischen Angriff mit Wopperklinge und Steckenpferd. Umfeinde. Habe ich nicht gelesen. Das ist ja, ich bin wechsel弄. Das ist ja, ich bin wechselt. Und ich war ganz teinflott. Ich habe keine Angriff.